hallo leute ich bin monwolf und willkommen zu einer weiteren folge von dot survivor ja leute es gab ein upgrade es gab auch etwas neues und darunter es gibt riaden und ich will euch mal was zeigen leute werden weil man muss schlüssel haben mit diesen schlüsseln habe ich ein bogen also elektro bogen bekommen ein kleiner schrank ein schrank habe ich von unserer freundin bekommen also dann leute gibt es noch etwas und zwar also die von den triaden habe ich die drei sachen wie oben sind sind von triaden es gibt möglichkeit schlüssel zu sammeln oder durch wirbungen zu bekommen und ich habe heute etwas vor leute wir werden ein riesen bauprojekt haben das kann ich euch schon mal verraten was da sein wird werde ich nie sagen weil ja weil 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 ich das erstmal geheim halten möchte ich habe nicht gewusst dass ich noch hier coole sachen haben wie zum beispiel dieser waffe hier und ziemlich geile rüstung habe ich auch außerdem gibt es hier noch einen platz für einen weiteren platz zum wegräumen denn leute wir werden jetzt alles wegräumen außer die sache außerdem brauche ich nur eine waffe eine etwas schwächere waffe ich habe zwar hier ziemlich coole sachen noch aber ich möchte hier keine waffe nehmen so dann möchte ich noch etwas machen ich gucke mal hier hier gibt es nicht so viel platz schau mal ob wir noch eine waffe haben aber keine schusswaffe sondern weiß nicht so ein speer wäre nicht schlecht aber hier gibt es leider kein keine weiteren waffen außerdem habe ich hunger verdammt ist nicht gut ich muss jetzt was essen weil ich muss jetzt eigentlich so hoffe du bist jetzt satt ich hoffe du bist jetzt satt und das reicht schon mal also die waffe geht bei mir kaputt so jetzt kurz oder sache mit dem ja mit dem viel zu tun wir brauchen wir brauchen jetzt eine waffe wir brauchen jetzt jede menge zeug und zwar wir brauchen steine und holz das werden wir jetzt sammeln nur steine und holz alles andere werde ich nicht brauchen denn wie gesagt wir haben etwas vor etwas größeres ich muss nur gucken nach der waffe okay ich habe ich ja die nehme ich mit ja die nehme ich mit die ist okay ich habe dann noch ein messer sehr gut gut wir sind vorbereitet wir gehen wir gehen tschüss allerseits wir brauchen holz jeder menge holz also es wird jetzt viel holz wir haben triaden ich habe euch gezeigt ja also triaden nach der upgrade gab es diese triaden sache wir gehen hier können wir holz sammeln also hier bekommen wir bretter aber sehr wenig steine ne gibt es da möglichkeit irgendwo steine zu sammeln hier wäre beton und hier wäre metall aber problem ist hier wäre kein holz okay wir machen dann folgendes wir gehen einmal hier nein danke kannst du knicken wir gehen erstmal hier sammeln so viel holz wie möglich dann gehen wir nach oben sammeln so viele steine wie möglich wir werden dann anfangen allerdings ich überlege mir gerade nach dem platz also solche kisten kann man auch machen habe ich auf scrim gemacht ich hatte fünf und was willst du was willst du wir schaffen kräutertasche von banditen können wir machen leute können wir machen äh äh nebenbei so nebenbei können wir machen ich will aber allerdings wenn sie hier sind und ich sind hier irgendwo ich habe nichts nützliches ähm kannst du bitte sterben danke da sind die trojaden cool sollen wir rein dann gehen wir rein Leute da gehen wir rein allerdings man dann ist es so dass meine vorhaben gekippt wird da können wir da können wir Kiste holen cool da geh ich doch rein da geh ich doch rein warte ich brauch mal Holz die trojaden können warten Gott das könnte warten kannst du bitte Holz haken vergiss diese trojaden mit her in dem will einfach da rein der will einfach da rein der das es geht nicht anders da muss man rein Hallo? Statt! Kannst du bitte sterben? Gut. Können wir mal heilen? Kannst du bitte sterben? Äh, okay. Können wir bitte sterben? Man muss ja doch heute mal mit Trojaden. Jetzt kann ich die Kiste aufheben. Da bin ich gespannt. Ja, zwei Schlüssel. Also insgesamt habe ich jetzt vier solche Schlüssel. Das bedeutet, Leute, diese Schlüssel, was wir jetzt eingesammelt haben, das ist für diese Boxen. Ja, also wir können dann Trojadenboxen aufmachen. Äh, wir können solche Schlüssel, also einsammeln und dann wieder Kiste aufmachen. Leider habe ich keine Zeit. Ich muss jetzt meine eigene Sache machen. Allerdings glaube ich, solche, äh, ähm, solche Verstecke, also Triadenverstecke, die sind wohl über... Kannst du bitte aufhören? So. Ich kann euch ja auch Metall sammeln. Ich weiß, ich wollte nur Holz sammeln. Wölfie, hör auf damit. Hör auf. Hör auf. Ich habe dich gewarnt. Ja, okay, das nehme ich auch mit. Aber ich bin nur auf Holz interessiert. Holz und Steine, das ist die Sachen, die wir... Bitte sterben, bitte sterben, bitte sterben. Danke, danke. So, jetzt noch ein bisschen Holz sammeln. Baum fällt. Zombie kommt. Der Verbrannte. Zombie fällt. Und den Elch lasse ich. Also den Elch lasse ich wirklich, ähm, wir brauchen Holz. So. Ah, stirbt doch. Stirbt, stirbt. Oh, Mann, bin ich gut. Ich sammle da Punkte ein. Weiß nicht, ob das uns was bringt. Aber... Wir sammeln sie ein. So. Lass mich. Du blöder Wolf. Ja, erst mal angreifen und dann, äh, ich sterbe. Blöder Wolf. Nimm mich doch gerne mit. So, ich schau mal hier noch nach. Oh, meine Fresse. Oh, meine Fresse, gib dann nie Ruhe von denen. Gib Ruhe. Gib Ruhe. Gib Ruhe. Meine Fresse. Ich hab alle schon umgebracht, aber es gibt keine... Ich hab bis jetzt keine Banditen gefunden. Ich glaub, die sind im Keller. So. Ich heil mich. Nochmal. Ah, blöder Wolf. Kannst du mich in Ruhe lassen? Bitte. Danke. Dann greift der Automatisch den Nächsten an. Waffe kaputt. Oh, ja. Nein, ist nicht gut. Wir brauchen neue Waffen. Yeah, wir haben... Wir haben den Sack. Wir können jetzt, äh... Dem Typen den Sack geben. Oder behalten. Haha. Ich wurde vergiftet, verdammt. Hörst du bitte auf? Komm her. Ein Bluetooth-Tag. Mit dem Hammer. Auf die Fresse. Auf die Fresse. Einmal heilen. Lass mich zufrieden, ihr Blöden. Wo bist du denn? Äh... Da. Da ist er irgendwo. Hier, Junge. Ich hab... Ich hab da... Yeah, wir haben von dem... Ähm... Baumfeld. So, jetzt gucke ich. Also, Holz ist schon mal gesammelt worden. Lass mich zufrieden, ihr Blöden. Ja, ja. Ich hab die Fresse, mein. Wollt ein Glitter. Kannst du bitte schaben? Bitte, ich hab keine Zeit. Neues Stufraufstück. Yeah. Vergiss es, dann müssen wir dich mal ploppen. Wow, ich bin so gut, aber ich finde bei denen nichts nützliches zumindest, und seitdem habe ich Durst, ein kleiner Hammer ist eine coole Waffe, ja dankeschön, jetzt muss ich auch mich duschen, verdammte Kacke. Oh yeah, ich bin voll, ich bin voller voller. Nein, blöder Wolf. Mano, ja, ihr regt mich auf. Äh, was können wir hier wegschmeißen? Ich kann davon was trinken, weil ich eher Durst habe. Äh, das brauche ich, das brauche ich alles, das brauche ich, ich brauche eine neue Waffe. Ich brauche Steine noch, aber nächstes Mal gehen wir Steine sammeln. Also heute haben wir ein bisschen Holz gesammelt, nächstes Mal gehen wir Steine sammeln. Ich will mal hier gucken. Ich hoffe, hier lebt keiner. Oh, das brauchen wir. Holz brauchen wir. Ähm, Moment, Leute, es gibt Sachen, die sehr wichtig sind. sind, also Leder bekommen wir eh, äh, reingeschoben bis zum, äh, Abwinken, ne, und äh, Tomaten, ja, Fett, Essen, kann ich das essen? Dann haben wir, äh, ist zwei, Strahlung. Ich, äh, ja, scheiß drauf. Dann bekommen wir halt Strahlung, aber egal. So, ich brauche Leute, ich brauche das da. Und Essen, ähm, naja, okay. Also solche Teile, ähm, noch mehr essen. Steine sammle ich ein. Ich glaube, also so ein gekochtes Essen, bringt schon was. Ah, das macht er automatisch. Jetzt bin ich nackig. Verdammt. Bin ich wegen dem nackig. Ich schmeiß mal das weg. Ich nehme lieber Essen. Nur Fleisch. Äh, Essen nehme ich mit. Äh, Essen nehme ich mit. So, ich bin jetzt voll. Ne, bin jetzt voll. Aber solche Sachen, ähm, untersuche ich gerne. Ah, ich bin wieder voll. Was können wir wegschmeißen? Das hier schmeiß ich weg. Das hier schmeiß ich auch weg. Ist egal. So, jetzt nehme ich die zwei Sachen mit. Die Asche, ähm, da gab's doch. Was von Ratsu fahren. Ja. Die Asche nehme ich mit. Äh, dafür brauche ich eine Axt. Auf jeden Fall, Leute. Wir sind jetzt voll, eh. Sowieso. Ähm. Ich muss mich duschen. Äh, Axt kaputt. Okay, was ist mit dir? Hast du da vielleicht ein nützliches... Nein. Lass mich zufrieden, ihr Blöden. So, wir gehen mal nach Hause. Also, Holz lege ich jetzt ab, weil wir das für das nächste Mal brauchen. Nächstes Mal gehen wir Steine sammeln. So viel dazu, dass wir nur Holz sammeln, ne. Ist schon mal so viel dazu. Ähm. Mist. Aber ich kehre jetzt nach Hause zurück. So, Leute. Was wir machen, für was ich diesen Holz brauche und, äh, Steine, erzähle ich euch, äh, nicht. So, heute nicht. Das werdet ihr alle sehen. Wenn ihr natürlich, äh, einschaltet, ähm, seid so viel verraten, dass wir nächstes Mal Steine sammeln gehen. Äh, so viel verraten, dass es etwas Größeres. Und Längeres sein könnte, ähm, weil wir jetzt wieder eine Axt machen müssen, äh, weil wir jetzt, äh, also dann nochmal, äh, gehen müssen und, äh, sammeln. Also nicht nur sammeln, sondern auch, ähm, ähm, äh, halt, äh, unsere Werkzeuge und so alles brauchen werden. Äh, okay. Das ist dazu erstmal. So, dann lege ich hier mal ein bisschen Fleisch rein, ähm, Holz ist mir zu wertvoll. Ich gehe mal, äh, warum ich jetzt, äh, das hier nicht weggeworfen habe, weil wir das immer brauchen. Das trinke ich mal leer, lasse ich hier auch. Ähm, ähm, ja, Eisen. Also da fehlt nur noch, wartet mal, da fehlt nicht viel. Da fehlt nur ein paar Bretter. Dann haben wir hier die Verteidigung fertig. Die müssen wir auch noch irgendwann mal zusammenbauen. Aber jetzt nicht, Leute. Jetzt müssen wir erstmal unsere, äh, Waffen, um die Waffen kümmern. Äh, dann muss ich erstmal eine Kiste finden, wo ich mein Holz reinlegen werde. Ähm, hier ist nichts, was ich hier reinlegen kann. Okay, äh, was ist hier an der Kiste? Ich brauche eine Kiste, wo ich, da. Das könnte ich hier reinlegen. Wir haben noch Fleisch bis zum Abfinken. Das könnte ich noch reinlegen. Das brauchen wir nächstes Mal. Und ich glaube, ich lege ein 20er Holz hier rein. Ähm. Dann, das nehme ich mit. Das lege ich hier ab. Und ich lege noch das hier ab. Äh, das sollte hier alles drin sein. Also das und das und das brauchen wir. Äh, Metall. Metall könnte ich eigentlich zum Verarbeitung geben. Ähm. So, was ist hier? Das ist, äh, Stein. Ja, also das ist Stein. Das ist. Wir brauchen allerdings. Hier. Ganz warm. Das Problem ist jetzt, äh, wir brauchen Holz für was anderes und es braucht alles Holz. So, da brauchen wir eins noch dazu. Ja, hier brauchen wir ziemlich viele Sachen noch. Aber irgendwann mal auch, das wird fertig sein. Und dann. 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 ich noch die Kiste. Das ist. Schon mal gute Sache. Ähm. Da habe ich vier Schlüssel. Wie gesagt, ich habe da Werbung angeschaut. Und ich habe noch zwei Schlüssel bekommen. Ich hatte 25 Schlüssel. Wie gesagt, davon habe ich, äh, das hier bekommen. Zum Schluss zeige ich euch noch. Also. Wir können auch die große Überlebenskiste mal öffnen. Das werden wir allerdings. Haha. Nächstes Mal tun. Ja. Ähm. Dann habe ich auch noch heißen Tape für die, von diesen, äh, Leuten da bekommen. Von der Triade. Und ich habe noch Teil vom Bauplan bekommen. Was auch immer mir das bringt. Weißen Dämon Masken. Also das ist nur ein Teil. Können wir eigentlich. Ich glaube schon, dass wir jetzt von denen was bauen können. Können wir mal gucken. Die Triade. Ja. Können wir, äh, das hier bauen. Leute. Auch wenn ich das anfange zu bauen. Das wird mir zeitlich nie im Leben reichen. Weil ich habe keine Ahnung, äh, wo wir das Ganze sammeln sollen. Ähm. Und irgendwann mal, wenn ich das, äh, dann. Mache. Ähm. Oder fast fertig hab. Sagen die dann. Haha. Von wegen. Hier kannst du mich. Wisch nichts. Nix da. Dann werde ich nur sauer. Also lasse ich sowas. Also sowas mache ich nicht. So. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe es hat's gefallen. Nächstes Mal gehen wir auch mal duschen. Etwas essen und so weiter. Auf jeden Fall. Ich hoffe es hat's gefallen. Ähm. Wenn ihr wisst was zu tun ist. Ich muss mal raus. Warum? Ähm. Wird ich euch gleich erklären. Wenn ich hier bleibe, ähm. Werde ich irgendwann mal verhungern. und da ich nur zum Abwarten bis zu der Kiste ähm. Laufen lasse. Ähm. Wird ich entweder verhungern oder verdorstern. Das möchte ich allerdings nicht. Und deswegen gehe ich raus. Denn hier. Wenn wir hier draußen sind. Ähm. Funktioniert das Ganze nicht. Verhungern und verdorsten. Zumindest glaube ich das. Ja. Hier draußen kann ich. Dieser Stunde mal bleiben. Und äh. Jetzt. Hab ich aber allerdings eine Sache Leute. Warum kann ich hier. nicht weiterentwickeln. Ja. Und das äh. Das ist ähm. Du erhältst 20 Punkte. Und die freie Punkten können verteilt werden. Du musst die Fähigkeitspunkten nicht erneut. Abschließen. Ähm. Soll ich das machen. Weil Leute. Könnt ihr mir auch in den Kommentaren schreiben. Denn hier gibt es zum Beispiel noch. Eine Kiste. Belohnung Phase. Fühle. Fühle. Balken auf 10. Wir können das mal einmal machen. Ne. Äh. Mal hier. Und dann. Äh. Bis hier hin. Auffüllen. Weil das. Das ist äh. Das ist äh. Das was ich eigentlich will. Meister Profi. Wo kriege ich die ganzen Punkten. verdienen. Wie verdiene ich mir die Punkte. Also. Wie tut man diese Punkte. Fähigkeitspunkten verdienen. Ich verdiene Punkte. Aber das ist irgendwie. nicht das was ich äh. Ich bekomme die Punkte nicht. Oder. Ist es vorbei. Man verdient einfach nicht mehr. Oh. Leute. Ich sehe gerade. Ich bin ziemlich vergiftet. Also 12. Naja. Okay Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und ja. Wie gesagt. Wenn euch gefallen hat. Äh. Ihr wisst was zu tun ist. Und bis zum nächsten Mal. Euer Lohnwar V3. Ciao.